Also Luca, dann mal Butter bei die Fische. Hund oder Katze? 100% Katze. Scottish Fold oder Turkish Angora? Scottish Fold. Ich habe nicht Scottish Fold, deswegen. Katzenklo oder Teppichreiniger? Teppichreiniger. Freigang oder Hauskatze? Freigang, Hauskatze. Sheba oder Felix? Beide sind gut, aber vielleicht besser Sheba. Maria oder Rosi? Ja, Maria, Maria. Ansonsten habe ich keine Wohnung mehr. Ein Leben ohne Katze oder ein Leben ohne Fußball? Ein Leben... Das ist ganz schwierige. Ohne Katze. Ja, ohne Fußball geht nicht. Nein, nein, nein. Ohne Katze. Sorry, Rosi. Innenverteidiger oder Außenverteidiger? Innenverteidiger. Verzichten. Auf den linken Fuß oder auf die linke Hand? Auf die linke Hand. Flankenwechsel oder Kurzpassspiel? Kurzpassspiel, ja. Tiki-Taka. Tor oder Rettungstat? Tor. Tor, ja. Juve oder AC? Boah, das ist ganz schwierig. Ich habe Inter Milan gespielt. Warum AC und Juve? Ja, es... AC. Sorry an die Inter-Mailan-Fans. Eros Ramazzotti oder Alberto Colucci? Ah, Alberto ist ein Freund von mir. Aber ich habe auch Eros kennengelernt. Eros ist mein Vorbild. Eros, Eros. Sorry, Alberto. Ich muss nur sorry in diesem Interview. Fiat oder Ferrari? Fiat. Ferrari zu viel. Vespa oder Fahrrad? Vespa, Vespa. In Italien Vespa. Alpen oder Mittelmeer? Alpen. Amalfitana oder Adria? Amalfitana ist ganz schön. Espresso oder Cappuccino? Ganz klar. Espresso. Rotwein oder Weißwein? Für mich besser Weißwein. Aber Rotwein ist auch gut. Aber Weißwein. Carbonara oder Polpette? Carbonara. Wow. Wenn meine Mutter kocht, Carbonara. Beste. Gnocchi oder Spaghetti? Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Twitter oder Instagram? Beides, aber Twitter ein bisschen mehr. Autogramm oder Selfie? Autogramm, Selfie mag ich gerade. Anrufen oder WhatsApp? WhatsApp. Einen Monat ohne Handy oder ein Jahr ohne Internet? Ich denke, Handy ist ganz wichtig. Vielleicht besser ein Jahr ohne Internet. Das heißt dann ein Jahr ohne Twitter? Aber ich kann anrufen. Ich kann alles mal. Anrufen? Ja. Lieber Flugangst oder lieber Seekrankheit? Lieber Flugangst. Lieber Seekrankheit oder lieber keinen Führerschein? Und die letzte Frage von Peter Niemeyer. Lieber Handball, Kopfball oder lieber Kopfball, Kopfball? Das ist Peter. Kopfball, Kopfball. Zweikampf. Ciao, Peter. Zimmerduell oder Butter bei die Fische? Zimmerduell? Ah ja, das habe ich in Österreich mit Niklas Moisander gemacht. Aber Butter bei die Fische ist besser.